Sustainability, Corporate Responsibility, Corporate Citizenship, wie Sie es immer nennen wollen, gibt es tausend Definitionen. Ich glaube, wir kommen eigentlich aus einer eher umweltbezogenen Dimension heraus und sind heute viel stärker, viel breiter aufgestellt in der Wirtschaft zu diesen Themen. Also es wird nicht nur über Umwelteinflüsse diskutiert, sondern eben auch mehr und mehr über soziale Aspekte und auch ökonomische Einflüsse und Auswirkungen über die direkten unternehmerischen Gewinne hinaus, also Einfluss auf Gemeinden, Kommunen, auf Lenden. Mein damaliger Hochschullehrer Bruno S. Frey hat zusammen mit einigen im Jahr 1972 das erste Buch über Umweltökonomie geschrieben. Und wie lange es gedauert hat, bis sich dieses Thema auch in der Wissenschaft der Ökonomie verbreitet hatte, dann hat das schon eine sehr lange Anlaufzeit gebraucht. Umgekehrt ist es aber so, dass ich das Gefühl habe, dass im wissenschaftlichen Bereich das Thema Nachhaltigkeit von verschiedensten Disziplinen sehr stark in den Mittelpunkt gerückt wurde in den letzten 10-15 Jahren. Aber in der Praxis muss ich sagen, trotz dessen, dass das richtig ist, was Sie gesagt haben, Herr Amhoff, aber im engeren Bereich der Ökonomie. Und Herr Meinert hatte es ja gesagt, die letzten 10 Jahre meines Lebens war ich Banker. Und gerade in dem Bereich habe ich genau die umgekehrte Entwicklung festgestellt. Da ist man nämlich weggangen von einem nachhaltigen Banking. Der Markt sind wir ja nun alle. Das sind wir zunächst mal als Konsumenten, die wir das Marktgeschehen massiv mitbestimmen. Das sind wir als Wähler, die wir über Spielregeln indirekt mit entscheiden, indem wir Parteien, Personen auch wählen, die dann bestimmte Spielregeln gestalten für den Markt oder gegen den Markt. Das sind wir natürlich auch als Arbeitnehmer, vielleicht auch als Unternehmer oder als Manager, indem wir auf der Anbieterseite Dinge mitbestimmen. Das kann man sein als Journalist, als Wissenschaftler, der bestimmte Erkenntnisse im Rahmen des Spielverständnisses unterstützt, in welche Richtung auch immer. Insofern ist es immer ein bisschen schwierig, über den Markt zu sprechen. Ich würde schon immer klar machen, das sind wir. Und ob wir es hinkriegen, unser Wirtschaftssystem, sprich diese freiheitliche Grundordnung in einer nachhaltigen Weise weiterzuentwickeln und zu nutzen, hängt natürlich dann eben von uns ab. Das ist relativ einfach. Aber kompliziert natürlich, wenn es darum geht, das umzusetzen, gerade mit Bezug auf ein so immens komplexes Thema wie Nachhaltigkeit. Und aus meiner Sicht hängt es von drei verschiedenen Ebenen ab, ob wir es hinkriegen, das, was auf den Märkten passiert, tatsächlich in einer Weise weiterzuentwickeln und auch aufrechtzuerhalten, die dann nachhaltig sein können. Spielzüge, Spielregeln, Spielverständnis. Was ich am Markt sehr schätze, ist, dass er in hohem Maße lernfähig ist. Was ich am Markt schätze, ist, dass er eine freiheitliche Grundordnung ist. Anders als eine, die eben von oben vorschreibt, was aus meiner Sicht ganz klar belegt wurde, ist, dass eine nicht freiheitliche Zentralverwaltungswirtschaft sehr viel weniger nachhaltig ist als eben die andere Version. Die Firmen erkennen natürlich mittlerweile auch, dass ihre Kunden, und das seid ihr beispielsweise, Produkte kauft, die unter bestimmten Bedingungen produziert wurden. Oder man reagiert nicht. Man beschuldigt beispielsweise, und ich bin nicht BP-Aktionär, man beschuldigt BP alleine, für dieses Desaster verantwortlich zu sein. Aber wenn Sie Ihr Auto tanken, haben Sie Mühe, wenn Sie, sagen wir mal, 10 Cent mehr zahlen müssen. Und diese 10 Cent könnte man investieren in sichere Produktion und Förderung. Also ich denke, wir haben verschiedenste Interessen, wie hat es gefahren mit dem Spielverständnis, Spielregeln, Spielzüge. Ich würde sagen, die erste Bremse ist das Spielverständnis. Viele Topmanager haben sich lange nicht mit dem Thema befasst und haben deshalb auch nicht ein gutes, solides Verständnis für diese Thematik. Die Anreize müssen eben so geschaffen werden, dass die Manager auch ein Interesse an Langfristigkeit haben. Und das ist eben beispielsweise in den Familienunternehmen so. Also eben gerade dieses Unternehmen, das ja hier diese Veranstaltungen ermöglicht, gibt es, wenn ich es richtig weiß, seit 1756, Haniel. Und das sind natürlich andere Zeiträume. Wie viele der größten Unternehmen weltweit sind in dieser Zeit schon gekommen und gegangen, weil sie eben nicht von einem langfristigen, über Generationen hinweg getragenen Anreizsystem regiert werden. Also aber noch einmal, um es auf den Punkt zu bringen, wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen pessimistisch anhört. Ich glaube, es gibt letztlich keinen Grund zum Pessimismus, weil eben man als junger Mensch in der Lage ist, wenn man sich mit dem Thema, das einem am allermeisten am Herzen liegt, man sich dem verschreibt. Ich glaube, dann stehen einem alle Chancen auf. Ich möchte mit einem Fußballbild schließen. Ich habe mit einem Fußballbild die Diskussion auch mit betrachtet. Kürzlich hat ein Bundesliga-Trainer von der großen Gier gesprochen, die er bei seinem Fußballer wecken muss, um die zum Tor zu bringen. Und die große Gier eines Messi einem Tor zu machen, die große Gier auf das Thema Nachhaltigkeit, wenn das gelungen sollte, dass der Funke auch zur großen Gier etwas überspringt, wäre es eine tolle Runde gewesen. Ich danke Ihnen dreien. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend und noch weitere Gespräche entre nous. Jetzt gleich beim Aparo. Herzlichen Dank. Applaus